Panzer nähert sich! Hochmal drauf! Panzer ausgeschaltet! Sentinel-2-3, ein Heli ist zu einer neuen Landezone unterwegs. Ankunft in zwei Minuten. Koordinaten folgen. Foxtrot-Wisky 053-910. Auf Raketen wechseln! Warbird, linke Seite! Verstanden. Koordinaten bestätigt. Sie heizen uns hier ein! Warbird ist erledigt! Die Landezone müsste gleich hinter diesem Kamm sein! Normalfeuern! Warbird nähert sich! Der Schuss von rechts! Machst du einen Treffer und dann war's das! Panzer kommt die Straße runter! Der Schuss von links! Der Schuss von links! Der Schuss von rechts! Der Schuss von rechts! Der Schuss von rechts! Gleich steigen wir aus. Das Profisystem ist leer. Panzer ausgeschaltet.